dabei pokémon zu attacken beizubringen wie zum beispiel aquana muss jetzt so und so viel mal der pokémon attacke machen wasser blau und krafttechnik und was weiß ich jetzt seit der pb in der zeit ist mir aber schon wieder ein pokémon shiny in die arme geflogen hat gerade im hintergrund vielleicht schon gesehen platz war ich jetzt nicht vor es ist leider ein doppeltes heißt aber dass ich tauschen werde es nicht wieder meno fliebe ist vor zwei oder drei tagen das erste man scheine gefangen jetzt ist wieder ein schein nieder ist natürlich geil habe ich mich ein zum tauschen ist mir egal ob die scheinen zwei drei vier fünf mal hintereinander kommen ich zeig es euch trotzdem es ist ein schein ist schein ich bin ich zehnmal anscheinend wie du fliege das habe ich immer noch bis jetzt und